Musik Da ist es. Die verpfuschte Flucht. Einige Mörder sind aus dem Voreinkommen und wollen bei der ersten Gelegenheit aus Habana fliehen. Findet und tötet sie! Oh! 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 Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Das ist der Fall! Ich bin der Teufel! Kann der Teufel euch die Augen ausgatschen? Ich bin der Teufel auf den Sack. Ich bin der Teufel auf den Sack. Hey, du! Assessino! Ich kriege dir niemanden! Was war denn das für ein Double Kill? Der war ja cool. Ich... Ähm... Hap! Scheiße! Ich glaube, über die Täscher geht es am schnellsten. Ich glaube, über die Täscher geht es am schnellsten. Ich glaube, über die Täscher geht es am schnellsten. Ja. Ich mache dich nicht mehr als informiert. Na geh doch mal, kletter doch mal hier hoch. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Soooo... Aha, ja. Drei müssen wir noch machen. Dann hauen wir das erledigt. Ich bin immer in den Hals. Mitten im Marktbezirk von Havanna wurde ein Heerlager aufgeschlagen. Euer Ziel ist der Hauptmann dieser Reservisten, der gleichzeitig ein Templer ist. Oh ja! Blanco, klaro! Kann ich mehr Dach machen? Ja. Keine Schroni gebraucht. Blanco, klaro! Da drüben ist noch eine. Na gut, die spielt jetzt hier keine Rolle. Wo ist mein Ziel? Ja. Ja. Das was du machst ist, gib dir die Armin. Hahaha. Cool. Nee. Ups. Scheiße. Nein. Opa! Opa! Du kommst hier, in deinem Leben! Ich bin schon mal auf hier, in deinem Leben! Neeeeee! Nein! Scheiße! Hei! Ich geh sträuf! Ich muss mich erst mal aus dem Voranzöhn bringen.... Ich muss mich erst mal aus dem Voranzöhn bringen... Ja! Kylo-Mod! Und drei Minjas in die Vor-Zone? Heeeey! Erledigt! So! Wow! Das vorletzte! Der vorletzte Auftrag! Man war das grad knapp eh! Das war so knapp vorm Abnibbeln! Ups, nein! Das war so knapp. Ich hab mich noch nicht mit nach dem Ich habe mich noch nicht ein, dass ich den. Antonio Rueda, ein Geschäftspartner der Templer, handelt im Marktbezirk von Havanna mit Waffen und Sprengstoff, findet ihn, setzt seinen Geschäften ein Ende und ihm auch. Geht mir doch mal aus dem Weg, Leute. Am besten ein paar Lüfter dran, oder? Ah, das war cool gemacht. Ah, das war cool. Ah, das war cool. Ah, das war cool. Ah, das war cool. Das war cool. Das war cool. Ah, 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 das war cool. So, wie gehen wir denn die Sache jetzt am besten an? Ah, das war cool. Los geht's! Komm, nicht runter! Ja! Allerdings! Ich kann es nicht aufschauen! Wir haben ihn nicht! Ihr könnt uns nicht aufschauen! Cooler Wetter! Ich hatte den doch getötet, ne? Ja, das will ich gerade in die Statistik einblenden lassen. Geht natürlich nicht. Ja, erledigt. Erledigt. Also zum Schnellreisen sind die Synchronisationstrumpen nicht gedacht. Ups. Ah ja, okay. Das ist mal geiles Wetter zum Flüchten. Oder zum Attentat ausführen. Natürlich wieder am anderen Ende der Stadt jetzt, das ist auch wieder sinnvoll. Aber auch cool, dass die Zivilisten sich da einmischen und die Gegner festhalten. Das fetzt. Das ist gar nicht mal so hilfreich. Ähm, auch schon wieder vorbei. Ne, Bongo Albo? Na gut, saufen wollen wir jetzt nicht. Einfach wo das letzte Attentat ausführen und dann ist gut. So, 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 wenn ich dann irgendwann mal da ankomme. Hm. So, was haben wir jetzt? Erst, äh, ein Kaufmann der Templer soll Havanna besuchen, um dort ein Geschäft abzuschließen, das enorm wichtig für seinen Orten ist. Findet ihn und setzt seinem Treiben ein Ende. Natürlich tun wir das. Ich? Ich bin nicht mal Seemann. Du bist doch Miss Sugar. Das ist fantastisch, dann. Ich bin nicht mal Seemann. Du bist doch Miss Sugar. Du hast mir den Hals gerettet, Käpt'n. Ich danke dir von Herzen. Du hast mir den Hals gerettet, Käpt'n. Ich danke dir von Herzen. Du bist doch nicht so einfach. Es sei mir auch für dich. Es ist nicht so, dass Sie der Hals nur sind. Da, ich kann mich- Es un saldo, pero es un saldo. Es un saldo, es un saldo. ¡Suscríbete! ¡No te pierdas! 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 ¡No te pierdas!